ok was brauche ich jetzt alles für das ganze zeug was ich brauche erst mal ich brauche vier komplexe eisenstücke für den anderen ofen zwei von diesen sparten und zwei von den polierten die polierten muss ich doch nicht mal machen ich habe da noch zwei perfekt nebenbei legen wir uns mal hin nicht dass wir noch richtig erschöpft werden und die schlange ist wieder da ok ich brauche aber noch mal ich brauche insgesamt acht komplizierte teile also das einmal ok die polierten habe ich ich brauche vier bretter dann noch vier von den balken und zwei spachteln aber hier sind die linsen ok einfache teile und ich muss wieder das holz da herstellen ich brauche fünf weitere und die werde ich doch schon irgendwie kriegen ok 3 3 ok das ist genug jetzt habe ich zwei davon wieder zack und zack ok dann kann ich in den keller gehen und mich darum kümmern ich hoffe nur die seele ist jetzt nicht zu kaputt ich habe die nägel nicht mitgenommen ja dann gehe ich nochmal schnell hoch und nehme die nägel mit ich habe anscheinend nicht an die nägel gedacht ok jetzt aber diesmal habe ich an die nägel gedacht dann bauen wir das nochmal haben wir unser hier erweitert jetzt jetzt sehen extraktor level 3 das dauert leider noch ein bisschen ok zack haut drauf ok es reicht so oder so nicht heilen ok zwei balken und vier polierte zwei balken ach ok warte holz blanke nicht balken planken oh der war oh der war noch drin ja doch komm hier zack hauen wir die da rein die 220 hier und einfach weil wir faul sind verbrennen wir die jetzt einfach ok ich brauche vier polierte steine und zwei holzbalken ich habe schon zwei polierte 1 2 und nochmal zwei polierte steine ich habe jetzt echt kein stein mehr ich habe jetzt echt kein stein mehr ist voll echt traurig wenn ich keinen stein mehr habe so wenn es an steinmaterial schmangelt dann weiß ich auf jeden fall bescheid ok hier im stack voll zu machen 3 und jetzt bin ich nebenbei nicht zu snake gegangen Und um den Stack voll zu machen brauche ich 28 Das sind genau 4 mal Zack und zack Hier dann habe ich den voll den voll das voll Also seit ich das mit den Zombies habe ist wirklich Holz mehr als genug immer da Wirklich immer Okay fertigen Okay komm Geöffnet Seele heilen Kriegen wir nochmal 7 Teile Oh nur 4 Teile Ich frage mich wahrscheinlich weil ich sie schon ein bisschen verletzt hatte Anscheinend macht das wirklich so einen großen Unterschied So einen großen Unterschied Okay Qualität Und normaler Dünger Ja okay Das lasse ich jetzt wenn es wieder spätabend ist bis der Bauer wieder kommt Ich weiß ja der ist morgens nie da So gehe ich morgen Abend das erst machen Okay da muss ich jetzt genau gucken Okay ich brauche Auch Alchemie Tisch Mühle Afo ich glaube das da unten ist die Alchemie Mühle Kirchen Kirchenarbeitstisch Schriftrollenregal Ich bin mir jetzt unsicher ob ich das schon hatte oder nicht Ich meine hey das wichtigste ist erstmal der hier Sechs Balken Drei komplexe Teile Sechs Stück davon Und komplexe Stücke muss ich selber herstellen Denn jetzt muss ich auf Eisending gehen Ich habe nämlich jetzt gar kein Eisen mehr Ich bin jetzt wortwörtlich eisenlos Okay wenn ich eisenlos bin Okay Alchemie Tisch passt doch perfekt da oben hin Okay dann versuche ich mal so ein 100 Eisen zu bekommen Okay hier kann ich jetzt Blutpulver alles draus mixen Was wie es mir gefällt Ich habe keine Ahnung ob das was bringt Gesundheitsschleim Okay Beschleunigungspulver Warte gefällt dich ein Alchemie Tisch für Zombie Warte Lebenspulver und Lebenslösung Da gibt es Zombie Ding Ascheschleim Ascheschleim Nein Hätte ja sein können Oh Gesundheitsleben vielleicht Ölschleim Nee das funktioniert so nicht Warte warte er hat mir doch eine Zutat gesagt War das nicht Blut Okay Warte 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 Kann ich mit dir wieder reden Nein Du bist voll Ich müsste noch mit dem Imker reden Damit ich den Bienen Ding fertig machen kann Ich baue jetzt noch 10 Bienen mein Kumpel Dankeschön Für den unten brauche ich 50 Silber So viel habe ich nicht Habe ich Okay das bringt Geld Das bringt richtig Geld Also wenn ich Geld will Ich muss mich darauf konzentrieren Okay du regelst jetzt erstmal Komm morgen wieder Oder am besten überhaupt nicht So nett wie eh und hier mein Kumpel Ich vers- Okay jetzt mit dem Ding Dong hier Gib mir davon Noch ein paar Und ja und Hampf können wir uns auch gleich noch holen Ein bisschen kann die Leiche warten Die wird ja schon nicht sofort verschimmeln Okay ich könnte da angeln Aber Ich rede erstmal mit unserem Freund da hinten Genau mit dir soll ich doch reden Wegen der Scheune Wir sind fertig Mann die Scheune ist fertig Jetzt brauchen wir noch 50 Silber Und die Arbeit an die Taverne Warte noch Ich habe gerade die 50 für den Super tollen Esel ausgegeben Dieser Esel Okay wir gehen zurück Okay zack 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 Nein wir wollen den Hanf Ich weiß was ich schon wieder vergessen habe Nimm mal Okay Nehmen wir das mal kurz alles raus Ich muss ja aktuell nicht auf der Farm haben Nein du konzentrierst dich jetzt auf das Hanf Der ganze Rest ganz ehrlich kommt jetzt erst mal darüber Wir holen uns jetzt die Die paar Zwiebeln für drüben Für beim Bauer Weil ich will nebenbei Ich habe immer noch keine Hopfensamen Wo kriege ich Hopfensamen her Ich habe das bestimmt schon irgendwo gesehen Nur schon wieder übersehen irgendwie 100 Bro Okay Zwiebelsamen Zwiebelsamen Ja Ja Ich muss das erstmal so machen Ich habe aber keine andere Wahl Ich brauche die Zwiebeln Ja Jetzt nächstes legen wir uns schlafen Hier Okay Neuer Tag Erstmal zum Leuchtturm Die Säure die stelle ich wahrscheinlich auch mit dem Alchemie irgendwie her Zum Handeln Ja nebenbei wäre es schlau wenn ich das eigentlich mache Weil so viel Geld habe ich leider nicht mehr übrig Dass ich mir das leisten könnte auf Dauer Ja Hier hat keiner gesehen Hier Technologie Mischmeister Mischmeister Wovon eigentlich wollte ich erstmal das mit dem Zombie Alchemie Tür Stufe 2 Nebenbei hier mit dem Balsamieren kann ich die Qualität der Zombies verbessern Okay 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 Destillation Und Alchemie Türstufe 2 Leichenhalle Regal Kühlschrank Prieche Nein doch das ist eigentlich das einzige was ich noch brauche für Alchemie Freischalten Hier herstellen Hopfen Ich weiß aber immer noch nicht wie ich das mache Wie ich Wo komme ich Hopfensamen her Ja okay Ich brauche noch zwei blaue Punkte damit ich das habe Das Sollte jetzt erstmal meine einzige Sorge sein Nein stimmt gar nicht Ich muss immer noch meinen Eisen fahren Das ist meine größte Sorge Okay 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 Ich brauche definitiv mehr von diesen Teilen Das ist schon mal das eine Jetzt sind wieder nur vier Sachen die ich bekomme Aber ey Das ist doch für alles Für alles ist ein Anfang Ich hätte es nicht reintun können Ich kann ihn nicht mehr rausnehmen Ich brauche immer noch ein paar Teile von dem Okay Ich muss jetzt wirklich erstmal Eisen fahren gehen Okay Ja brauche ich schon wieder das Teil Okay Das hat es mir doch jetzt schon wieder gezeigt Blaue Punkte sind halt einfach unschlagbar Okay wir gehen jetzt auf Eisen Du bist halt ich muss jetzt auf Eisen gehen Ich brauche drei Federn nebenbei Jippie Okay Bevor ich Eisen mache Ich denke da wirklich sonst nie wieder dran Ich bin